Willkommen zurück zu Mario Brothers. Ich bin beleidigt. Ich bin beleidigt. Einfach, weil ich's kann. Ich bin beleidigt. Ich hol mir jetzt hier den Pilz. Oder auch nicht. Doch, ich hol ihn mir. Da war ja was. So, und will wir uns beeilen? Kann uns Lucky 2. Der bekanntlich der Bruder von Lucky 1 ist. Nichts anhaben. Diesmal fallen wir bitte nicht in den Abgrund. Jetzt geht er erstmal weg. Oh yes. Ihr habt nichts gesehen. Ihr habt nichts gesehen. Ist da gerade mal ein bisschen drücken. So. Diesmal hole ich mir die Blume. Diesmal sagt der da unten nicht einfach nur just nope. Auch wenn es fast passiert wäre. Diesmal hole ich sie mir. So. Und du gehst erstmal weg. So. Du bist die nächste. So. Oder auch nicht. So. 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 Vorsichtig. Vorsichtig. Hui. So, ja. So, 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 so. Lalalala. Ich mache das Level hier schön Schnell und Einfach Ohne getroffen zu werden, bitte Das wäre ein Ziel Das ich Mal Verfolgen könnte Mal so ein Level zu schaffen, ohne Getroffen zu werden Und jetzt erstmal vorsichtig Boing, boing Yes Und erstmal hier hinten am Rücken kratzen, nee am Nacken Da hat sie mich gejuckt Die Heizung plätschert Immer noch Denn diese Aufnahme Ist komplett bisher Am Stück passiert Bis auf diese kleinen Pausen zwischendrin Die niemanden interessieren Wenn ich da mal auf Klo gehe oder mal Kurz was trinke oder mir eine Kleinigkeit Zu essen mache oder sowas Nachts um 20 vor 2 Ja Finger weg von der Box Da ist nur eine Blume drin Und wir haben hier schon eine Oh Gott Okay Okay, okay So Vorsichtig Vorsichtig Ja Okay, 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 okay Jo Und Jetzt kommt die Beschissenste Stelle Ever Genau Oh Mann Oh Mann Oh Mann So Vorsichtig Vorsichtig Einfach weiter 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 Und zwar vorsichtig. Nein! Wer rechnet damit? Ja. Eingefleischte. Mario-Spieler. Okay. Diesmal nicht, mein Freund. Diesmal nutzt du mich nicht? Nein! Dafür nutzt er mich. Speedrun! Nein! 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 BOOOOM!!! ja oh man warum ich hier so schnell durchrasche ist ich habe nur noch ein leben also kann ich mir mal eben erlauben so save and continue bloß saven jetzt können wir vorsichtig machen jetzt können wir so ein bisschen auf leben und auf vorsicht spielen da ist nichts drin okay da will ich irgendwie nicht gucken wegen diesem cooper da aber der ist jetzt weg oh wie fies wie fies das raschen war eben schon nicht schlecht du machst ich aber auch gleich wenn ich nicht aufpasst oh man du machst auch ein abflug komm scheiß drauf oh man ich hasse die siebte und die achte welt ich hasse sie einfach aber sowas von aber sowas von und jetzt kommt das nächste jetzt tauchen wir ein ins nächste level den übergang haben wir ja gelernt so einfach weit oben bleiben das ist der trick der nicht funktioniert so ich freue mich schon auf das best of zu diesem projekt denn zu diesen kurzen jump and run projekten wird es best of von mir geben und wenn ihr bock habt dürft ihr die auch zusammenschneiden und mir schicken oder auch selbst durch laden aber nur wenn ihr bock habt so das ist jetzt die arschloch stelle oh Ich bin seit kurzem害ig, ich war perrekt! No, 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 no! Das Spiel macht mich nicht verrückt. Nein, ich bin so... Oh, Fische. Oh, da wäre ein Pilz gewesen. Den haben wir nicht mitgenommen. Wie knapp war das denn? Oh Gott. Wann habe ich zum letzten Mal ein Fischlevel so schnell geschafft? Noch nie. Geilo! Oh mein Gott, wir sind schon bei 10 Minuten und ich möchte jetzt natürlich das vierte Level schaffen, ohne abzukratzen. Weil ich nur noch drei Leben habe. Das ist ein Arschlochsprung. Warum kommt der immer am Anfang? Verkehrt. Unten. Unten. Mitte. Oben. So, oben. Unten. Nein. Oben. 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 Da kommen auch schon die Flammen, ne? Ja. Der wird jetzt richtig mies. Werden wir nicht unten drunter durchlaufen. Thank you, Mario, but our princess is another castle. Läuft bei uns! Läuft! Läuft! Gucken wir mal kurz aufs Handy, was wir im ersten Part ja oder im zweiten Part schon gemacht haben. Nichts. Alles klar. Nur die Stupser. Okay. Welt 8.1. Jetzt wird's beschissen, weil jetzt zählen keine Midway Points mehr und da ich jetzt gestorben bin, werde ich mich jetzt noch zweimal sterben lassen. Warum springe ich über den ersten Gegner rüber, wenn ich mich sterben lassen will? Und, ähm, das wird der Teil sein, an dem sich dieses Projekt mit höchster Wahrscheinlichkeit in die Länge zieht. Außer ich schaff's jetzt aus unempfindlichen Gründen. Alles klar. Das war's von mir. Bis denne, euer Mr. Mr. Nightfox. Warum mach ich eigentlich immer bis denne mit dieser Handbewegung? Weil ich aufstoßen muss. Haha! Ja!